Willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Insel, bevor wir jetzt da reingehen, geht das vorf... Nö, ok. Rein in die Kommunikationszentrale, endlich morgen. Gehen Sie rein und finden Sie den Hauptcomputer. EFA sollte darauf zugreifen können. Sie nähern sich dem Hauptcomputer. Er sollte ein Stoppwerk weiter unten, links von Ihnen sein. Was? Fuck. So eine Scheiße kommt jetzt auch noch. Wir sind unterwegs. Waffen bereit! Davor! Was? Was ist eigentlich? Ich bin froh! Ok. Bezugangskarte. Achso. Ne. Das war ja... Falsch. Wir waren eben zu richtig, kann das sein... Flugdaten übertragen und gespeichert. Das sieht doch gut aus. Laut Flugplan ist das Flugzeug vor kurzem hier vorbeigekommen und zum Kontinent unterwegs. Ja. Die mag mich nicht besonders, glaube ich. Hey, du versuchst es schon mit allen Mitteln, was wir geben. Evog, ich kann hier ein U-Boot beim Hafen hinter der Basis orten. Sie sollten schauen, dass Sie rasch an Bord kommen, bevor diese Insel in die Luft fliegt. Ja, kein Timer startet, hoffe ich. Wir können vielleicht nochmal kurz... Wartung! Instabile seismische Aktivität geordnet. Personal sofort evakuieren! Wo war denn der Eingang da? Ein Timer läuft auf jeden Fall nicht. Wartung! Instabile seismische Aktivität geordnet. Personal sofort evakuieren! Ränder, immer rum. Lalalalalala... Sie haben keine Zeit mehr! Finden Sie das U-Boot unter nichts wie weg! Ich räume mir nur ein bisschen auf, bevor ich gehe. Sie veranstalten hier eine richtige Partie in dieser Basis. Sie haben noch nicht unsere Wissenschaft zu vergessen, oder? Ähh... Scheiße. Da. Achso. Ich dachte, da steht jemand. Warnung! Instabile seismische Aktivität geordnet. Personal sofort evakuieren! Hey! Und wo komme ich? Alter! So, jetzt noch schnell das Kraftwerk. Warnung! Instabile seismische Aktivität geordnet. Personal sofort evakuieren! Hast du das gehört? So, ist hier irgendwas? Ich sehe, Sie finden immer eine Beschäftigung. Ich dachte, Sie wollten das Ding zerstört haben. Muss was für meine Beförderung tun. Und hoch. Warnung! Instabile seismische Aktivität geordnet. Personal sofort evakuieren. Äh, wo war die Leiter? Auf der anderen Seite. So, dann können wir die Basis jetzt so verlassen. Mein Gewissen ist jetzt rein. Ich glaube, ich erinnere mich so ein bisschen an diese U-Boot-Mission und die mochte ich nicht ganz so. Warnung! Instabile seismische Aktivität geordnet. Personal sofort evakuieren. Warnung! Instabile seismische Aktivität geordnet. Personal sofort evakuieren. Warnung! Instabile seismische Aktivität geordnet. Personal sofort evakuieren. Keine weiteren Freunde? Warnung! Instabele seismische Aktivität geordnet. Personal sofort evakuieren. Toll. Warnung! Instabele seismische Aktivität geordnet. Personal sofort evakuieren. So, dieser Einsatz ist erfolgreich. Einsatzrang, ein Lieutenant Havoc immer noch. Nur drei Sterne, ich weiß nicht warum. Na gut, wir haben ihn noch wieder umgebracht. Sekundärziele 3, 24 Minuten für diese Mission. Bonusziele 3 von 4? Verdammt! Los, los! Weiter! Weiter! Los, los! Weiter! Los, los! Weiter! Los, los! Eines dieser neuen U-Boote. Beeindruckend sind die Bewaffnetz! Bis hier schon! Blinder Passagier, retten Sie die Gefangenen. Die GDI-Gefangenen sind irgendwo auf dem Schiff eingesperrt. Mehr konnte ich nicht lesen. Finden und retten Sie die GDI-Gefangenen! Sollen nur kommen! Ach, ich bin jetzt mit dem Bootilein an Bord eines Fachters. Dann war das doch... Ja, so, und hier mit dem Boot. Oh, das war, glaub ich, verwirrend. Das war ein bisschen verwirrend, glaub ich. Oh, die Musik! Alter, was? Ja, ich weiß jetzt, stecke ich hier fest. Mal so! Ah! Sabotieren Sie die vier Not-Raketenwerfer. Um die Raketenwerfer zu sabotieren, wählen Sie sie aus und verwenden dann die Aktionstaste. Neue Verdrahtung vollständig. Aketenwerfer sabotiert. Zwei übrig. Eins übrig. Primäres Einsatzziel erreicht. Ähm. Ach, das. Kritische Antriebssysteme geortet. Suchen und zerstören. Ziele erfasst. Ziele erfasst! Anah! Ziele erfasst! Sonderbar! Ziele erfasst! Okay, ich kann hier bitte nicht rüberrufen, sehr schön. Komm ich hier überhaupt irgendwo weiter? Da hast du ein paar Stuhle. Finden und retten Sie die GDI Gefangene. Bis dann.